Wir hatten heute einen fulminanten Start im neuen PDO Headquarter. Zwar nach einem arbeitsreichen Wochenende, aber wie man sieht, es hat sich ausgezahlt. Es ist ein Neustart. Es ist Zukunft, es ist modern, es ist visionär, es ist auch ein Miteinander bei den Mitarbeitern, sondern alleine auf den Gängen, wenn man sich trifft. Man sieht neue Gesichter. Es ist alles neu, es ist alles spannend. Ich freue mich jetzt hier zu sein. Wir sind da in der Begegnungszone im neuen QBC und wie man sieht, ist alles sehr schön, sehr neu, frisch ausgepackt, wie ein neues Geschenk, das wir gekriegt haben. Und es freut mich zu sehen, dass die Mitarbeiter das bisher auch sehr erfreut aufnehmen. Naja, für mich war es jetzt insofern spannend, als ich die letzten zwei Tage schon mitgeholfen habe zu übersiedeln. Somit war es schön zu sehen, was die Mitarbeiter jetzt daraus machen, aus dem, was wir ihnen sozusagen vorbereitet haben. War schön. Die Anreise war super, deutlich kürzer als bisher, spart mir gut zehn Minuten in eine Richtung und somit auch schneller da, schneller beim Arbeiten, schneller wieder zu Hause. Ja, der Kohlmarkt war halt nicht mehr so ganz State of the Art vom Gebäude her und es fühlt sich da einfach auch viel großzügiger an, weitläufiger, schöner, eleganter, einfach alles.